Hallo ihr Lieben, da ist eure Koch-Eule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder was, was ich mit euch teilen möchte und zwar ein mega leckeres Rezept aus der Cookie-Doo-Rezeptwelt. Ich habe heute am Abend ein Gruppentreffen. Ich mache dann auch immer wieder für uns was Leckeres zu essen und unter anderem gibt es bei mir heute eine Vollkorn-Mangol-Quiche. Warum Mangold? Ich zeige euch jetzt gleich, also wir blenden euch das auch gerne ein. Ich war im Garten, wir haben ja seit heuer Hochbeete. Wer uns da auf Instagram ein bisschen folgt, der hat das mitgekriegt. Ich werde jetzt dann wieder mal was reinstellen. Sie wachsen, es gedeiht und zwar ist das ein kleiner Auszug aus dem Garten vom Mangold. Das sind jetzt ein bisschen über 400 Gramm. Ich war jetzt so voll drauf los, die großen Blätter außen rum ein wenig zu kürzen und nur die, damit einfach wieder ein bisschen mehr Platz im Hochbeet um den Mangold ist. Und allein diese Blätter außen rum waren jetzt 800 Gramm. Ich habe das voll überschätzt. Jetzt habe ich nochmal 400 Gramm im Kühlschrank. Mega, also ich bin extrem gespannt und ich weiß, dass dieser Boden voll gut ist und diese Fülle oben auf. Also ihr werdet begeistert sein. Probiert die wirklich aus und wir machen uns die jetzt gemeinsam. Starten wir gleich durch. Es hat eben wieder einen Vollkornanteil. In dem Fall habe ich Dinkelkörner und mit denen starten wir auch gleich. Und zwar kommen die in den Mixtopf. Dann unbedingt den Miximizer einsetzen. Wer den noch nicht hat, besorgt es euch. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich liebe den Miximizer. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsprodukt vom Wundermix. Da geht es einfach darum, weniger Staub in der Küche beim Zermahlen von Körnern, von Staubzucker. Bei Zwiebeln und Knoblauch später mega Ergebnis, weil alles schön am Boden unten bleibt. Es verkleinert euch den Mixtopf. Schaut euch das Video dazu an. Wie gesagt, absolute Empfehlung meinerseits. Und jetzt werden die Dinkelkörner für eine Minute auf Stufe 10 zu feinem Vollkornmehl gemahlen. So, bei der kleineren Menge an Dinkelkörnern kann es sein, dass ich nochmal ca. 30-40 Sekunden nachstötze. Schaut rein, wenn euch das Ergebnis noch nicht fein genug ist, vom Mehl her, dann einfach nochmal kurz nachstellen. So, den spüle ich mir aus. So soll das dann ausschauen. Wunderschön und fein. Jetzt geben wir das wieder rein und es geht auch schon weiter. Und zwar kommt dazu unser Dinkelmehl, die kalte Butter, die ich noch im Gefrierfach gehabt habe, kurz, damit es wirklich, wirklich schön kalt ist. So, unser Wasser und noch ein bisschen Salz. Und jetzt wird das Ganze, ups, für 20 Sekunden auf Stufe 4 schön zu einem Teig vermischt. So, den Teig holt ihr euch jetzt auf leicht bemehlte Arbeitsfläche. Ich habe da wieder die Teigmatte von Wundermix. Ich liebe sie. Da, einmal alles raus. Und dann heißt es nur noch kneten. So, jetzt zeige ich dir. Es steht zwar immer überall eine Kugel, aber wir wollen den ja nachher flach ausrollen, okay? Das heißt, ich mache mir den auch schon gleich so ein bisschen flach, damit ich mir nachher beim Ausholen leichter tue. Genau, geben wir den jetzt einfach in ein bisschen eine Folie oder dazu in so ein Wachspapier, Binnenwachspapier. Und entweder 15 Minuten in den Kühlschrank oder wirklich 5 bis 10 Minuten ins Gefrierfach. Einfach, dass die Butter nochmal kurz anziehen kann. Und dann geht es schon weiter. In der Zwischenzeit richtet euch eine Quicheform mit 30 cm Durchmesser. Die würdet ihr euch befetten, entweder mit Öl oder mit meinem selbstgemachten Backtrennfett. Und dann geht es auch schon weiter. Backrohr langsam, aber sicher, gegen Ende der Kühlzeit auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und dann geht es weiter. So, ihr habt euren Teig, einen Teigroller. Und jetzt wird der einfach auf, also, das haben wir schon gemacht, Kugelformen gekühlt etc. Tartformfetten. Mixtopf ist wieder sauber. Das heißt, ihr seht, Küchenchaos sauber. Mixtopf gespült. Den Mixi-Mizer habe ich gespült. Backofen, das haben wir alles erledigt. Jetzt geht es eben weiter, indem ihr könnt das auf einer Arbeitsfläche machen, wenn ihr keinen passenden Teigroller habt. Aber ich mache das mit meinem, der ist vom Pempered Chef. Ihr könnt den leider jetzt bei mir nicht mehr bestellen. Aber entweder kennt jemand, jemanden, der wen kennt. Beziehungsweise werde ich unten einfach mal etwas Vergleichbares finden für euch. Und werde ich das einfach auch dann in mein Amazon Storefront reinschmeißen. Den Link findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da raufklickt, da seht ihr einfach grundsätzlich Produkte, die ich euch ans Herz legen kann. Die entweder auch im Video auftauchen, wo viele Fragen dazu gekommen sind. Formen, die ihr für euren Thermomix nutzen könnt. Also einige Dinge. Schaut da einfach mal rein. Genau, und jetzt lasse ich das entweder auf einer Teigmatte auf die Größe 30 ausrollen, plus eben die Zentimeter, die es noch oben braucht am Rand. Oder ihr macht es so wie ich. Und lasse ich das einfach so direkt in die Form einarbeiten. Es geht beides, so wie ihr euch ihr leichter tatzt, wie ihr das sonst auch so macht. Genau, und das machen wir jetzt, bis die Form schön ausgekleidet ist. Wichtig, einfach immer wieder ein bisschen die Oberfläche mit Nel anstauben. Dann auch wieder mal wenden, damit euch das Ganze nicht voll kleben bleibt. Obwohl der Teig grundsätzlich sehr schön zu verarbeiten geht. So, wie gesagt, entweder auf einer Teigmatte 30 cm plus diese 3 cm Rand ausrollen und reinlegen. Oder eben direkt mit dem Teigroller in die Form einarbeiten. Ihr seht, der Rand schön hoch. So gleichmäßig wie möglich. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach. So, dann, genau, mit Nudelholz reinheben. Also, das haben wir im Prinzip. Jetzt kommt ein Backpapier da rein. Ich muss gestehen, ich habe noch nie blind gebacken. Also, ich habe noch nie bis jetzt mit Hülsenfrüchten gearbeitet. Ich werde das jetzt machen. Einfach, weil es im Rezept steht, um einfach das einmal rauszufinden. Ich finde das einfach Verschwendung von Hülsenfrüchten. Aber, ist jetzt so. Wir teilen da Hülsenfrüchte rein. In dem Fall habe ich da rote Linsen. Ihr könnt da natürlich alles, soweit ich weiß, hernehmen. Ob jetzt Bohnen, Kichererbsen. Ja, alles, was ihr denn so zu Hause haben solltet. So, schön da rein. Hebt euch die bitte dann auf. Also, ich werde die sicher aufheben. Ich meine, schreibt es mir das uns gerne in die Kommentare rein, wie ihr das so handhabt, ob ihr da Erfahrung habt. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich hebe die Hülsenfrüchte auf jeden Fall auf für das nächste Mal, wo ich wieder mal blind packen sollte. Weil die wegzuschmeißen, das wäre ehrlich gesagt ein bisschen eine Schande. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir das gemacht. Und der wird jetzt für 20 Minuten bei 200 Grad vorgebacken. Und währenddessen fangen wir mit der Fülle an. Also, der kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen. 200 Grad, 20 Minuten, Ober- und Unterhitze. So, ihr Lieben. Wir haben gerade einen kleinen Zwischenfall gehabt. Deswegen ist mein Kieschboden jetzt schon wieder heraßen. Wir haben nämlich im Büro einen Wasserschaden. Ja, vom Badezimmer oben. Aber, that's life, that's this one. Und, ja, hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Aber, auf jeden Fall geht es weiter. Wir machen uns die Fülle. Teig zeige ich euch dann gleich später. Anfangen da mal, also ihr könnt euch den Parmesan nach Rezept einfach reinschmeißen und mahlen oder mit dem Zerkleinerungstool. Ich habe das eben schon vorbereitet. Ich habe auch die doppelte Menge, weil wir lieben Käse. Und 60 Gramm Parmesan da rein ist besser als 30. Aber, haltet euch sonst gerne ans Originalrezept. Jetzt überspringe ich die Schritte mit dem Parmesan, weil wir ja den schon fertig haben. Dann habe ich drei kleinere oder zwei größere Knoblauchzehen gibt es da rein. Dann eben ungefähr 120, also ich habe jetzt circa 120 Gramm Zwiebel. Und jetzt, genau, das Öl kommt auch gleich dazu. Und dazu verwenden wir jetzt wieder den Mixi-Mizer, damit das eben alles schön unten bleibt und ich da nicht bis oben alles angesaut habe. Und den Deckel drauf. Das Ganze wird zerkleinert und zwar für fünf Sekunden auf Stufe 5. So, weiter geht's. Mit dem Spatel nach unten schieben, sparen wir uns in dem Fall einfach alles da so von unten in den Mixtopf, einmal rundum fahren. Und die Sache hat sich. Den ab mit dem Geschirrspüler und die Sache ist erledigt. So, jetzt braucht ihr, entweder stürzt euch das Garkörbchen oben drauf oder ihr habt eh den Mix-Taste vielleicht schon zu Hause als Dampfumleiter. So könnt ihr euch einfach das Garkörbchen oben aufsparen. Und das wird jetzt für drei Minuten bei 120 Grad auf Stufe 1 einfach angedünstet. Wir können schon mal die Vorschau anschauen und können uns einfach diesen Mangold schon mal in grobe Stücke schneiden. Entweder frischer Spinat oder frischer Mangold, was auch immer ihr zu Hause habt. Und das mache ich während das andünstet. Da habe ich mir das schon mal vorbereiten. Und dann geht's auch schon weiter. Mangold ist übrigens einfach gewaschen. Ich habe ihn dann auf ein bisschen Küchenpapier hingelegt, dass er so ein bisschen, das Ärgste, ein bisschen trocknen kann. Und jetzt schneidet ihr euch das wirklich in so, ja, einfach so ein bisschen zusammen, dass ihr nicht mehr so diese riesen Stäbe habt, weil die würde man ja auch nicht jetzt direkt in den Mixtopf so reingeben. und schneide das jetzt einfach in grobe Stücke und lege mir das dann nur da wieder zur Seite. Ah, ist mir egal, ich mache das anders. Einfach da hinten wieder auf mein Küchenpapier und währenddessen schnippelt ihr den Rest. So. So. Weiter geht's. Deckel einfach mal runter. Und da geben wir jetzt diese groben Stücke hinein. Ihr dürft es da ruhig ein bisschen andrücken, weil das fällt dann. Ihr werdet sehen, wer das kennt, der weiß, wie das ist mit Mangold und Blattspinat etc. Das fällt richtig schön zusammen nachher. Darum braucht man ja relativ viel. Also nicht wundern. Ich liebe ja Mangold. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lasst mir gerne einen Kommentar, was ist so euer Lieblingsgemüse oder was ist ein Muss bei euch im Hochbeet? Weil bei mir ist jetzt heuer wirklich so die erste Saison und muss sagen, mich feigeln ein paar Dinge, die vorher in die kleinen Töpfe immer voll gegangen sind. Die ärgern mich ein bisschen. Und alles, was vorher so ein bisschen hin war, so in die Töpfe, das geht jetzt vollgas. Also Mangold, Kohlrabi, volle Wäsche, Salat sowieso. Erdbeeren, wirklich super. Mich ärgern ein bisschen die Gurken. Die tragen gerade noch keine Früchte. Aber, ja, sie wachsen. Mal schauen. Zucchini ist ganz was komisches. Aber, ja, ich gebe noch nicht auf. Jetzt gibt es weiter und jetzt wird dieser Spinat für drei Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert. Ja, es schaut jetzt auch schön aus. Das heißt, wir haben da jetzt so ein bisschen ein feineres Mousse mit ein paar gröbere Blättern. Das passt gut. Und das wird jetzt angedünstet. Und zwar für sieben Minuten, ohne Messbecher in dem Fall. 100 Grad Stufe 1. So, unser Mangold, die Mischung ist jetzt mal angedünstet. Jetzt geben wir uns das in eine Schüssel. Ich habe mir das vorbereitet. Eine Schüssel und ich habe so ein Sieb mit Steher. Solltet ihr das nicht haben, solltet ihr einfach das Umfüllen in der Schüssel und die Flüssigkeit ein bisschen abgießen. Die benötigen wir dann ein bisschen separat. Also nicht wegschütten oder irgendwie, sondern aufheben. Kreuzer ich da einfach alles schön raus. Da eben dann ein Spinat oder den Mangold in dem Fall ein bisschen bewegen. Ich schaue euch, ob ich euch unten was verlinken kann, was passendes für euch, dass ihr da so ein Konstrukt von der Ähnlichkeit zu Hause habt, weil es tropft einfach richtig schön die Flüssigkeit ab und oben haben wir dann die Fülle in dem Fall. Genau, das haben wir gemacht. Warte mal kurz, jetzt mal abgießen, genau. Dann kommt jetzt der Sauerrahm in den Mixtopf. Das, was jetzt fehlt, das ist die Flüssigkeit, die, was ich vom Sauerrahm abgegossen habe. Das ist immer so ein bisschen was, was sich bildet. Das passt aber gut so. Das war eine Packung. Dann kommen unsere Eier da rein. Klopft sich das von mir aus woanders auf. Da ist immer so, da scheiden sich die Geister, aber ja. Das kann jeder gerne machen, wie er möchte. Ich klopfe immer wieder mal Eier am Mixtopfrand auf. Und ja. So, dann geht's weiter mit Salz, Pfeffer und Muskat. Okay, das kommt jetzt da dazu. und wird für 15 Sekunden auf Stufe 5 schön vermischt. Ah, 4. Entschuldigung. Ach. Und wird für 15 Sekunden auf Stufe 3,5 vermischt. Die Tartform, also den Tartboden rausgeben und dann die Backofentemperatur auf 180 Grad reduzieren. Hülsenfrüchte mit dem Backpapier darf man jetzt entfernen. Ich hebe mir das wie gesagt auf. Ich bin aber für Tipps da offen, ob das Sinn macht oder nicht. Dann geben wir eben, also der Parmesan in dem Fall, ich kann das jetzt schon angreifen, weil ich es eben schon ein bisschen vorher herausholen habe müssen. Der Parmesan in dem Fall ist so ein bisschen ein Bindeglied jetzt auch. Bindeglied und auch, damit jetzt die ganze Flüssigkeit nicht so unbedingt direkt auf den Boden kommt, also die Feuchtigkeit. Jetzt geben wir da einfach ein bisschen ein Parmesan drauf. Der wird da so verteilt, damit es den einfach so richtig schön, dass es einfach ein bisschen was ist. Solltet ihr mal keinen Parmesan haben, bitte nehmt es einen anderen Käse, aber Parmesan ist halt einfach so, ja, richtig, richtig lecker und auch würzig schön da rein, gell? Also ein bisschen was würzigeres, außer ihr wollt es das gar nicht, einfach euren Käse. Genau, und wir verteilen eben uns jetzt diese Mangold-Mischung. So, ihr dürft jetzt nach Geschmack da Feta draufstreuen, 60 bis 80 bis 100 bis eine Packung, nein, einfach schon schön Feta. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil jetzt hat man so 60 Gramm braucht man oder 80 und hat 150 Gramm drinnen. Ich meine, bei uns wird das dann einfach in den Salat reingeschmissen. Ich weiß nicht, wie ihr da macht es, im Sommer auf jeden Fall einfach so dazu. Aber ich gebe da echt so viel wie möglich Feta drauf, weil Spinat und Schafkäse, das passt super und wie ihr seht, er deckt auch wirklich nur schön die Oberfläche ab. Das heißt, wir haben unten Käse, oben Käse und das ist richtig geil. Aber, wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch weniger verwenden. Ich tue jetzt die ganze Packung da drauf, weil es einfach für mich da super passt und waschen wir die Hände wieder mal. So, und jetzt wird zu guter Letzt nur noch diese Eimasse da drüber gegeben. Einfach schön gleichmäßig, dass da überall was ist. Schön drauf leeren. Wo ist eigentlich schon wieder mein Spatel? Dieses voreilige Verräumen immer, das ist angeboren, glaube ich, oder so. So, und jetzt wird es eben bei diesen 180 Grad die wir jetzt haben, Ober- und Unterhitze, nochmal 35 bis 40 Minuten schön gebacken. Mein Ofen piepst, heißt, der hat die 180 runter reduziert und dann lassen wir es abkühlen, damit es nicht gleich bricht und wir sind fertig. Ich habe übrigens diesen Quiche-Boden wirklich schon für ganz viele andere Quichsorten verwendet, auch Kübis-Quiche. Also ihr könnt den Boden individuell, Spargel-Quiche, wirklich einsetzen und ihr werdet es sehen, probiert es aus, er ist einfach so richtig, richtig lecker, weil er durch dieses Dinkel und durch den Vollkornanteil einfach so einen guten Eigengeschmack hat, dass das Ganze einfach nochmal peppt und dazu wissen wir einfach, es ist voll kein Anteil drinnen, super gut, super lecker und lasst es euch schmecken, wir warten jetzt noch, lange dauert es nicht mehr, dann können wir drauf los starten. So ihr Lieben, meine Mangold Quiche ist fertig und ihr seht jetzt, wie schön hell die gebacken ist, gell? Ich mag das ganz gern, mir passiert zwar immer wieder mal, dass es zu dunkel wird, ich habe das auf der untersten Schicht gebacken, 40 Minuten war es bei mir drinnen, ihr könnt sie natürlich die letzten Minuten noch gerade überbacken einstellen, dann wird es noch dunkler, ich habe das jetzt nicht gemacht, lasst sie jetzt wirklich schön auskühlen, also die soll jetzt schon mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht länger, wirklich stehen, es fällt noch ein bisschen zusammen, es setzt sie alles und der Teig wird auch, also der kühlt ab, das ist wie bei Keksen, ihr kennt das, wenn man die gleich aus dem Ofen hält und rein toucht, dann hat man ein Problem, lasst das ganze sacken, ihr könnt es euch bei Bedarf in Stücken einfach im Ofen aufwärmen oder die ganze Kiesch noch mal aufwärmen, wenn sie mal abgekühlt ist, dann ist sie schon fest geworden, das heißt, dann ist das was anderes, ja, und ich werde euch auf jeden Fall fürs Foto dann ein schönes Stück rausschneiden, lasst aber jetzt noch, wie gesagt, abkühlen und probiert es aus, lasst es euch schmecken, sagt es mir, ob euch das Rezept gefällt von Cookie Do, schlagt mir gerne eure Rezepte vor, in einen Kommentar, einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, freut mich natürlich sehr und wir sehen uns ganz bald wieder, Mahlzeit und alles Liebe, bis bald, ciao!